Den Tech-Täglich gibt es heute in zwei Sprachen, einmal in Österreich und dann auch noch in Deutsch. Die wichtigsten Themen dabei sind einmal aus dem Hause Huawei, hier sollte es ein neues Dual-Edge-Smartphone geben, dann gibt es Neuigkeiten zum HTC 10, sowie eine spannende Umfrage zum iPhone SE und dann noch ein spannendes Angebot aus dem Hause Aldi zu einem neuen Windows 10 Notebook. Grüß euch, das ist der Christoph von Gigatech. Heute gibt es wieder die spannendsten Themen aus den verschiedenen Themenwelten. Unter anderem haben wir neue News von Huawei, da soll dieses Jahr das neue Curved-Display-Smartphone auf den Markt kommen. Unter anderem soll das aber anders sein als der Samsung Galaxy S7 und Galaxy S6 Edge. Entsprechend sind wir da schon gespannt, was kommen wird. Es soll nämlich zudem noch derer werden als jetzt zum Beispiel das Mate S, denn das mögliche Smartphone aus dem Hause Huawei soll ja nachher an der Mate S-Nachfolger sein, beziehungsweise könnte sein und der war dann mit 770 Euro umgerechnet schon ziemlich leer. Nachdem das jetzt auch genügend österreichisch war, wollen wir auf Deutsch mit den nächsten Themen beginnen. Und zwar aus dem Hause HTC. Dort hat nämlich HTC einen neuen Teaser veröffentlicht und zwar Performance hoch 10. Entsprechend hat hier HTC ein bisschen gegen Samsung und andere Hersteller gestichelt und meint, dass das neue HTC 10 das schnellste und flüssigste Android-Flaggschiff sein wird, das es am Markt gibt. Das ist vielleicht gar nicht so schwer oder vielleicht auch schon, denn es gibt ja nicht allzu viele Smartphones, die ein wirklich flüssiges Android als Betriebssystem bieten. Entsprechend sind wir da schon gespannt, was wir dann am 2. April, beziehungsweise am 12. April in London sehen werden oder wo auch immer dieses Event stattfindet. Entsprechend erwarten wir uns da einiges, denn die HTC-Geräte waren zwar immer eine der schnellsten, aber konnten natürlich sonst mit anderen Features nicht mithalten. Ansonsten gibt es auch aus dem Hause Huawei nochmal was Neues. Hier ist nämlich ein neues Datenblatt zum Huawei P9 erschienen und zwar diesmal nicht von der Lite-Version oder von den anderen Versionen, sondern wirklich von der High-End-Version mit dem Kirin 955 Prozessor, 4 GB RAM und auch 64 GB Speicher. Das dürfte dieses High-End-Modell sein, das man in den vergangenen Wochen auch schon in den Gerüchten gesehen hat. Im Benchmark hat es einen Wert von ca. 90.000, 95.000 Punkten erreicht. Entsprechend ist es noch nicht ganz an einem Samsung Galaxy S7 oder anderen Geräten mit dem Qualcomm Snapdragon 820 Prozessor. Entsprechend wird es vielleicht nicht das schnellste, aber bestimmt ein gutes Smartphone werden. Ob es wirklich auch so ist, das werden wir dann spätestens am 3. April in London sehen. Und eine Umfrage gab es auch zum iPhone SE, die auch wirklich spannende Ergebnisse liefert, denn unter anderem soll es beim iPhone SE mehr Android-Switcher geben. Und zwar mit 16 Prozent, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben wir hier mehr Switcher von Android auf das iPhone SE als wie noch beim iPhone 6S. Entsprechend dürfte das kleine iPhone SE doch für viele Kunden sehr spannend sein, da es ja doch High-End-Hardware bietet, aber halt im kleinen Format. Da gibt es noch weitere spannende Statistiken bzw. Umfrageergebnisse auf dem Bericht bei GigaApple. Und dann gibt es auch eine News von GigaWindows. Hier gibt es morgen, also am 31. März quasi, ein neues Notebook bei Aldi. Das kostet 349 Euro mit einem 14 Zoll Full-HD-Display. Was es sonst noch kann, das lest ihr dann natürlich bei GigaWindows. Und ich sehe gerade, der Frank steht auch noch neben mir. Ich wollte nur gerade den Olli grüßen aus Österreich, der guckt nämlich auch gerade zu. Hallo Olli! Hallo Olli, woher bist du Olli? Ich hoffe, du hast meine Einleitung verstanden, denn das tiefe Kernerisch versteht ja auch nicht jeder Österreicher. Also entsprechend darf man... Da gibt es Unterschiede. Da gibt es Unterschiede. Man kann einen Wiener Schmäh haben oder einen Herstleiband oder was auch immer. Ich verstehe nur Sellerie. Wie auch immer, das war es mit dem heutigen Tech täglich. Ganz wichtige Info noch, morgen ist World Backup Day. Entsprechend macht heute wieder eure Backups, damit ihr morgen gesichert in den Alltag geht. Heute bleibt es aufs Bild. Ach ja, noch ganz wichtig. Danke an Ben hier von unserem österreichischen Kameramann. Heute findet auch noch um 17.30 Uhr die Bild 2016 statt. Entsprechend, wenn ihr das Video seht, gibt es eigentlich schon auch die neuesten Infos auf GigaWindows. Entsprechend schaut da vorbei, was das neue Windows 10 Redstone so alles kann, beziehungsweise ob es schon mehr Infos gibt, wann es auf den Markt kommt und wann es ausgerollt wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017